Was geht Leute? Mein Name ist Danny B-B-B-Wernitz und Willkommen zu einem geilen Spiel namens One Button Bob Und ich hab das Spiel zufällig im Internet gefunden und dachte ich muss es sofort let's playen, ich muss es euch sofort zeigen Und wie das Spiel funktioniert, ganz einfach, ihr könnt nur einen Button drücken Und, ups, was hab ich jetzt gedrückt? Oh, tut mir leid Ihr könnt nur einen Button drücken und es gibt verschiedene Stages Nachdem ihr die eine Stage beendet habt, hat der Button einen anderen Effekt Um es euch mal zu zeigen, starte ich einfach mal das Spiel Und dann würde ich sagen, es geht los In dieser Stage werfe ich einen Bummel dran, um die Fehlermaus abzuwehren In dieser Stage aber springe ich Also je länger ich gedrückt halte, desto höher springe ich auch In dieser Stage kann ich stehen bleiben mit dem Mausklick In dieser Stage kletter ich eine Leiter rauf und runter In dieser Stage gehe ich mit dem Knopf und werde transportiert In dieser Stage, ja, wie soll ich erklären, könnt ihr euch erklären, durch Mausdruck komme ich eine weiter Ich bin mir interessiert, ob ich das Weiße anfassen darf oder das Schwarze Ich glaube, das Schwarze darf ich anfassen Nein, doch nicht Okay, das Weiße, warte Leute, ich hab alles in unserem Tolle und los geht's Ja, gut, alles gut In dieser Stage muss ich wieder springen Ah, yay, sieht gut aus, oha In dieser Stage kann ich wieder, äh, ach, muss ich schnell gedrückt halten In dieser Stage muss ich, äh, muss ich, je länger ich gedrückt halte, desto höher komme ich Und, äh, hier kann ich wieder ein Bummelang werfen Um diese scheiß Fledermäuse abzuwenden Oh, scheiß Spinn, ich geh Kasse spinnen Pass auf, da kommt leider Ja, ha, nicht mit mir, du scheiß Spinne Und, äh, hier kann ich wieder springen Das ist eine Falle Nicht mit mir Ha, easy going, Leute Ich weiß, wie das Leben funktioniert Stehen bleiben Oh, oh, was mach ich jetzt Oh, nein, nein Oh, ha, ha, oh, oh, nicht gut Ich glaube, ich bin immer am Arsch Doch nicht Haha, scheiß Fledermaus Wow, vielen Dank, Plattform Ey, Plattformen heutzutage sind immer netter, ey, ohne Witz, ey Na, weiter geht's Ich darf hier nur das Weiße blühen Und, ja Uhuhuhu Geil, Alter Jetzt springen Oh, jetzt ein bisschen weiter Äh, noch ein bisschen weiter Ja, und jetzt Haha, geschafft, easy Also, jetzt muss ich ganz schnell drücken Jetzt muss ich ganz schnell drücken Drück schneller Äh, das ist ja immer dasselbe Ich hoffe, das ändert sich auch irgendwie ein bisschen Ach, das wird immer schwerer, aber Oh, komm schon Verarsch mich nicht, Alter Nicht mit mir, Alter Ah, ganz einfach Oh, scheiße Oh, H2 auf einmal Oh, schon wieder Und springen Und nochmal Gib mir Gas Oh, scheiß Falle, Alter Oh, yeah Nein, oh, Mann Oh, nein Oh, oh, nicht gut Oh, oh Ach, hier kann ich wieder stehenbleiben Ein bisschen stehenbleiben Kannst du bitte schneller machen Dankeschön Äh, oh, fast gestorben Okay, jetzt erscheinen die Ernsthaft Achso Wow, was ist das denn für ein Heftig, ey Ich schwöre, heftig, Alter Okay, jetzt kann ich wieder hier gehen Und es wird immer schwerer Ich bin Danny Burnish Ich kann alles Nein Sterben macht einen Frustiert einen so Werden irgendwo die Tode angezeigt Was, was ist, was ist Und, ach, oben links ist die Zeit Schau mal an Erst Erst 210 Sekunden Easy Langsam Langsam Scheißdachle Spielen kann man vergeben Sie können doch nichts dafür Die Entwickler können nur was dafür Ganz geil So, weiter geht's Das ist eigentlich ziemlich einfach Da muss man einfach nur beim Timing richtig drücken So funktioniert das Leben Auf den Schnipser Oh, ich kann gar nicht schnipsen Meine Finger schwitzen zu sehr Oh, oh, oh Pro und so Was geht ab Was Ernsthaft Oh 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 Victor Oh 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 Ihr wollt es also auf diese Tour, ja Ich zeige euch, wie das Leben funktioniert Nein Oh Das wird immer schwerer Konzentriert euch Ach, ihr habt es geschafft Noch nicht So Nein Diese letzte Spasten Fledermaus Nein, aber das geht ja nicht Doch, das geht schon Alles geht, wenn man es so will Oder Snickers Eis mag Ganz einfach Vertraut mir, Leute Ich kriege das schon hin Mehr nicht Der hat mich noch nicht mehr berührt, Alter Oh, diese Fledermaus Ohne Witz, Leute Das ist so schwer Der geht auch so langsam hoch Ihr habt es geschafft Stirb Was Ach so, so geht es zurück Ach so, okay Und jetzt Oh, ist das schwer, Alter Ach so, wenn ich Oh, ich bin gestorben Ich bin so weit zurück Ja, verarschen willst du mich verarschen Komm Du gegen mich, oder was Hau dich mal an, Alter Oh, ne, was Scheiße Es klappt nie, wie man es will Oh, Mann Ey, Leute, das kann doch nicht sein Ich bin zu langsam Ich drücke nicht schnell genug Und die scheiß Bälle von oben Die kotzt mich auch übel an Sag mal, was soll das denn Wollt ihr mich verarschen, oder was Ja, dieses Monster, Alter Du wirst mich nicht essen Ha Oh, scheiße Es klappt nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, Leute Oh, diese Monster heutzutage Wäre ja eh mal dasselbe mit denen Ich weiß nicht, was ich hier machen soll Das ist doch unmöglich Das ist doch unmöglich Das ist ein scheiß Ding, das zu besiegen Alter Proziziere dich Keine Sorge, Leute Ich krieg das hin Mann Leute, das kann nicht wahr sein Ohne Witz Das kann nicht wahr sein Ey, ich krieg's nicht hin Ich krieg's nicht hin Ich krieg's nicht auf die Reihe Ich bin zu blöd dafür Oh, ich werde ich hier zwei Jahre lang abhängen, ey Kann doch nicht wahr sein, ey Ja, du mich ja auch so scheiß Monster Ich verstehe gar nichts Gar nichts, Alter Was für ein scheiß Endpost Ich hab doch noch nie so schlimme Endpost, Alter Hoffentlich stehen hier und irgendwo die Versuche Oh, Mann Diese scheiß Bälle Wieso fliegen die, wie kommen die von oben Hör auf damit, Alter Du cheatest Sinnlos irgendwie Ich krieg's nicht hin Ich krieg's nicht auf die Reihe Oh, ich schwitze sogar schon so, ey Oh, ich hätte es fast geschafft Mann Ah, jetzt verstehe ich Das Gott bin nicht blöd Oh, das ist so einfach Wenn ich einen Knopf drücke, gehe ich zurück Wenn ich nochmal drücke, gehe ich nach vorne So, ganz einfach Oh, das ist so einfach, ne Ey, easy, Alter Also knapp Ey, das dauert immer alles länger bei mir, ey Mindestens zwei Jahre Ha, nimm das Was ist ein Monster? Ha, ha Blödes Monster Ich will nicht echt nicht sein, bevor meine Nachbarn kommen Ich lass mich nicht verarschen Jesus, hilf mir Es kann einfach nicht wahr sein, wirklich nicht Ja, es ist immer dasselbe So sehen übrigens meine Freundinnen aus Hübsch, ne? Oh, er ist fast tot Er ist fast tot Jesus Wieso will er nicht sterben? Komm schon Oh, er ist mir warm, ey Oh, er ist fast tot Komm schon Jesus Ich werde die ganze Nacht mit dem Spiel verbringen Komm schon, stirb jetzt endlich Komm schon Komm schon Danke Danke Oh, mein Herz Ich hab's geschafft Wenn es euch gefallen hat Das halt ist mit euren Freunden auf Facebook Vergesst nicht meinen Kanal Abonniere Mein Kanal zu abonnieren Für besseren Sex Und dann sag ich nur noch 3 2 1 Schau Ach, oben links ist die Zeit Schau mal an Erst Erst 210 Sekunden Freiheit Weg damit PC an Und ausdrucken Pornflex einschütten Skype anmachen Nebenbei Milch dazugeben Heute schnell unterwegs Ernst Hat schon Hausaufgaben